Natürlich immer Bühnen offen, also das Publikum muss da sitzen, weil wenn sie da sitzen ist der völlig für den Arsch, dieser Blick. Ich guck dich an und ich spreche. So, jetzt geht's los. Aber wenn jetzt jemand kommen würde, gesetzt den absurden Fall, ich würde jetzt mit diesem Rettungsring bei, was haben wir heute, 11 Grad mich in diese Berliner Plempe wagen. Und dann würde einer vom Ordnungsamt kommen. Dann bin ich doch nicht so doof und schwimme weiter. Dann tue ich doch so, als würde ich gerade ertrinken. Was soll ich jetzt tun? Es ist total weit. Die Pathologen sind cool. Der Assistenzarzt ist scheiße, aber der Pathologe… Aber man muss sich überlegen, dass auch, glaube ich, jeder Pathologe mal ein Assistenzarzt war. Achso, ich bin ja auf der… Jetzt kommen wir auf philosophische Fragen. Ich bin ja auf Schiller, äh, cool. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, weil… Ich mach das sonst… Weil? Also, pass auf. EK-Angst, ja. Da hinten liegen Matratzen, also da könnte man… Hey, ah. Der hat so… Als der hier rasiert hat, der hat so… Der hat die Haut so angefasst und so gezogen. Achtung! Ah, wie sind wir da hingekommen? Achtung! 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 Achtung!